So, ja schaut schön dort hoch. Oh, 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 da wurden wir fast gesehen. Den hier werden wir erledigen müssen, glaube ich. Ah, wir könnten uns vorbeischleichen, aber wir sind eh schon den Weg des Sassos hingegangen. Spielt also keine Rolle. Werden wir jetzt noch einen killen oder nicht? So, hier ist eine Verstärkungseinheit, deswegen Alarm dürfen wir nicht auslösen. Das wäre äußerst schlecht. Na komm. Leiche nehmen, einpacken, hochgehen. Mit LT verstecken. Damit wir nicht unnötig gesehen werden. Ne, ich warte lieber nochmal kurz ab. Ich glaube, ich erledige den Typen eventuell sogar einfach. Mach ich mal. Alter, kannst du das nicht leise machen? Junge, 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 ey. Macht der hier so einen Lärm mit den Dingern? Aber ich finde es cool, dass wir so drunter her, so bam, Alter. Kommen wir hier irgendwo hin? Ja, da kommt man irgendwo hin. Das heißt, wir schauen auch nach, was passiert. Ach, guck mal. Wir können ihn gleich von hier erledigen. Umso praktischer. Den Sklaven befreien, natürlich. Bam, 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 bam. Machen wir. Alter, was? War das mal Assassinen-Kill oder was? So scheißegal, ob hier jemand ist, der uns hört oder sonst was. Machen wir einfach trotzdem alles so. Geile Sache. Hat er uns einfach nicht gesehen. Wir standen direkt vor dem. So. Können wir uns hier jetzt wieder ganz bequem bewegen. Schöne Glockenspiel müssen wir natürlich trotzdem nicht immer auslösen. Das ist ganz schön laut. So. Ich schaue natürlich immer auch so ein bisschen, wo man sonst noch hin könnte. Hä? Ah, oh, Alter. Edel. Dreht sich das komplette Level mal mit. Krass. Okay. Da kommen wir runter. Da wird bestimmt was sein. Oh, und das ist ein mieser, fetter Gegner. Ach, guck mal. Kurz verstecken. Und runter. Zum Schauen. Wo kommen wir denn hier so hin? Aha. Kommen wir hier so rüber. Boah, Alter. Das ist gut bewacht hier. Puh. Da einmal rüber rennen. Spring natürlich. Huch. Alter. Wurden wir einfach mal erwischt. Das war aber auch knapp. Die Alte braucht hier manchmal zu lange zum hin- und herklettern. Und ich glaube, so ging das. Nee, da ist nix. Dafür nur so ein kleiner, uh, Vorsprung. Boah, was, Alter, im Flug. Puck, pack, pack, pack und tot. Der Fug. Ernsthaft? Boah. Jetzt dreht sich mal das Level. Das sieht richtig geil aus, muss man sagen. So. Ich hangel mich erneut hier entlang. Lala. So, hier gehe ich mal extra ein bisschen weiter nach unten. So, hier einmal schön vorsichtig hoch. So, stimmt, wir können ja direkt hier lang. Das vergesse ich manchmal. Alter. Schattengold wieder erwischt. Schattengold wieder erwischt. Sehr gut. Das wollte ich eigentlich machen. So, jetzt haben wir die Wahl. Wir können dort entlang. Oder hier. Ich glaube, hier ist aber nur eine Truhe drin, deswegen... Was wird denn hier so passieren? Beziehungsweise auf der anderen Seite schaue ich auch nochmal. Was ist denn hier oben? Da brauche ich mal die Karte. Oh, was ist denn das? Nebenziele. Okay, das heißt, da müssen wir lang. Müssen wir eben kurz den Sklaven befreien. Natürlich. Den Sklaven werden wir befreien. Keine Sorge. Am einfachsten wird es aber sein, den entsprechenden Typen hier einfach mal umzunieten. Okay, wir können ihn einfach umnieten. Ich warte noch einmal kurz ab, dass er nach oben guckt. Dann wird er umgenietet. So. Zack. Erledigt. Und hier dann einmal den Typen befreien. Zack. So, haben wir auch mal wieder ein Nebenziel geschafft. Sehr gut. Natürlich hätte man das auch bestimmt ganz ohne schaffen können. Hier ohne Kill. Aber bei solchen Sachen nehme ich es dann nicht mehr so ganz genau. Also, ob wir das jetzt mit Schatten Gold machen oder Assassine Gold. Mein Gott. Hauptsache ein gescheites Gold. Ah, ne, warte. Quatsch. Hier entlang. So. Ähm, wahrscheinlich... Yeah, das dreht sich wieder. Geil. Der Effekt ist einfach der Hammer. Oh, was haben wir denn hier so? Ich sehe schon, wir müssen uns da immer wieder aus dem Fenster angeln. So, und irgendwie leuchten auch diese... Diese Säulen. Unter Säulen kann man sich jetzt auch schon verstecken. Alter, ey. Boah, wie geil. Oh-oh. Oh-oh. Renn doch. Ja, ach so, hier sind noch mehr. Alles klar. Oh, Alter. Badass. Hat mich da einfach runtergeschossen. Also nochmal. Ja, ja. Habe ich verstanden mit der Säule. Ich darf mich nicht zu früh hier rausbewegen, sonst rempele ich den natürlich an. Was ein bisschen dumm ist. Ah ja, klar. Hier ist ein Animus-Scherbe gewesen. Habe ich mir nochmal mitgenommen. Hier warten wir jetzt nochmal kurz ab, bis die weg sind. Ernsthaft? Lol. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie das nicht bemerken. Alter, ich habe mich selber mega erschrocken. Alter. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, verdammt. Oh, ich habe gerade einen richtigen Herzkastfall gekriegt hier. Scheiße. Puh. So, warten wir nochmal, bis die beiden Spaßkollegen hier weg sind. So. Können wir denn von hier aus irgendwas... erreichen? Nein. Scheiße. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich dort... über die Säulen shiften. Anders wird das nicht funktionieren. So, warten wir einfach mal kurz ab. Bis sie uns nicht sehen. Ich finde das immer geil, wenn man hinter sprechende Wachen geht und die einen wirklich überhaupt nicht sehen können. Schön irgendwie lustig. So, bam, Alter. Level dreht sich wieder. Geil. Ich feiere den Effekt. So, Knallköpfe eingesammelt. Kann ich hier... nicht? Nein. So, diesmal habe ich es nicht vergessen, dass wir auch hier lang können. Hoppala. Bisschen zu früh. Wollte ich gar nicht. Vor allem, wir können auch hier hin. Das ist eigentlich super. Können wir nicht einfach... gar nichts machen. Okay. Bleiben wir mal hier. Wobei, ich muss sowieso... Johnny! So. Ja. So viel dazu. Okay. Vor allem, der da oben legt nochmal nach. Der will nochmal nachschießen, der Sack. Äh... Knallköpfe nicht vergessen. So. Zack. Hier hoch. Da entlang. Und dann einmal... Was? Lol. Ernsthaft? Das hat vorhin doch geklappt. Da war ich nicht viel höher. Also heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. So. Dann klettern wir halt mal ganz hoch wieder. Was macht der denn? Oh du... Pfff. Alter. Wieso bleibt er denn da nicht hängen? Oder die? Mann. Das gibt's doch nicht. Sprecken wir die Alte da einfach wieder weg. So. Dann halt. So. So. Und so. Ich dachte schon, die Alte fliegt da wieder runter. Ich hab mich aber eigenhändig wieder da hoch geschoben. Lass dir aber sicher sein. Wenn ich ihn irgendwie distraue, dann kann ich ihn irgendwie. Schauen wir doch mal, wie wir ihn ablenken könnten. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Böller. Vielleicht erfährt er das Beste. Moment. Wir begeben uns erst ein bisschen in Position. Ach, verdammter Schinken. Ja, damit distrakten wir ihn. Sollte eigentlich ausreichend sein. So. Mach ich's mir jetzt einfach? Ich mach's mir einfach. So. Hier ist ja eh nix mehr. Dann können wir hier direkt drüber. Und zack. Haben wir mein Assassinen Gold. Reicht ja. Oh. Da ist Yuda Jung. Geht da wahrscheinlich gerade in seinen Porno-Palast-Bereich. So. Hier sind diese kleinen, bösen Windspiele. Dürfen wir nicht vergessen. So. Ich weiß nicht, wie lange der hier schaut. Scheint die ganze Zeit dort sogar zu schauen. Okay. Ist ja dann nicht so schlimm. Wir müssen nur vorsichtig sein beim Shiften gleich. Also beim Shiften von einer Säule zur nächsten. Beziehungsweise um die Säule herum und dann direkt da drüben rein ins Versteck. So. Hallo. Jetzt können wir dahinter. Okay, okay. Warten wir nochmal, bis der sich umdreht. Dann haben wir's gleich. Sind wir gleich da drin. Ha, 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 ha. So. Sehr schön. Dann können wir jetzt gleich direkt rein, denke ich. Da unten ist auch nur noch einer. Was macht der da? Weiß ich gar nicht. Wir können dem alten Jadung, äh, Jadung, Dingsi da sowieso nicht folgen. So. Mir nichts, dir nichts. Von daher. Okay. Da ist nix mehr. Ich hab nur grad geschaut, ob da irgendwie vielleicht noch ein anderer Weg existiert. Aber sieht mir nicht danach aus. Was ist hier? Was ist hier? Aha. Siehste? Wieder was Schönes gefunden. Kommen wir ja doch noch hier an die Munition. So, zack, zack. Auch wenn wir die eh voll hatten, ging jetzt ums Prinzip einfach. So. Ah, hier sind ja gar keine Gegner. Können wir eigentlich auch hier runter. Das dauert nämlich viel länger, da so rumzuhangeln. So. Alter, da oben ist er jetzt. Einen Attentat verüben. Sollten wir hinbekommen. Irgendwie.